Heute möchte ich euch ganz kurz eine Funktion der Google Image Suche zeigen, die am besten in Googles eigenem Browser, dem Google Chrome, funktioniert. Die Sache ist folgende, man kann jedes Bild, das man im Dateisystem hat, einfach auf die Suchbox ziehen, die Datei wird hochgeladen und dann wird eine Suche durchgeführt, die Bilder zeigt oder hoffentlich Bilder zeigt, die ganz, ganz ähnlich sind. Das klappt sogar ausgesprochen gut. In diesem Fall hatte ich ein Bild, das ich selbst gemacht habe, hochgeladen und er findet dasselbe Bild an zwei unterschiedlichen Stellen erneut. Hier unten versucht er Bilder zu finden, die visuell ähnlich sind. Klappt nicht immer gut und trotzdem finde ich es eine ganz nette Idee, was die Leute bei Google sich da haben einfallen lassen und das wollte ich ganz kurz mit euch teilen.